sich Flair und G-Money nicht getroffen. Angeblich wollen sie sich sehen und 1 gegen 1 alles klären. Der Rapper aus NRW hat sogar seinen Urlaub abgebrochen, um gegen Flair anzutreten. Mehrere Ansagen wurden bereits verteilt. Eine Antwort von Flair gibt es auch, denn er hat nur mit einem Satz geantwortet. 1 gegen 1 ist machbar. Mehr gab es dann aber auch nicht. Dafür hat G-Money immer wieder neue Ansagen verteilt, die ich euch natürlich gleich einblenden werde. Auch Ex-Maskulinen-Rapper Mortell hat sich zu Wort gemeldet und ist natürlich auf der Seite von G-Money. In einer Fragerunde sagt er nämlich, was ist bei dir und Flair? Mortell antwortet darauf, er soll einmal sein Wort halten und sich wirklich mit G-Money treffen. Ob es wirklich zu einem Treffen kommen wird, ist natürlich fraglich. Ich bleib trotzdem an der Sache dran und halte euch auf dem Laufenden. Also lass uns das schnell machen, bitte. Ich will das hinter mir haben, da fliege ich für den Urlaub, ja? Alles klar? Okay, bis zu dann. Das ist ja, fuck mich nicht ab, wenn ich nachher da komme, ich rufe dich direkt an. Und wenn du nicht dran gehst, ungefähr, jetzt bin ich wieder da, ungefähr. Ich hoffe, du meldest dich nicht bald. Ich brauche keinen Schlaf, kein Training, gar nichts. Ich schaue dir so in die Fresse. Ich habe dir so. Vielen Dank.